ja hallo dadurch dass ich nicht so viel sagen darf ich gerne würde muss ich auch in diesem video wieder etwas nur andeuten der csu politiker und arzt stefan pilsinger stefan mit ph nachname pilsinger pilsinger falls ihr das googeln wollt hat gesagt dass er fordert dass ab dem jahr 2021 nur noch menschen die flüssigkeit oberarm ihr wisst schon was gemeint ist das oktoberfest betreten dürfen meine meinung dazu ist nicht gerade positiv mehr darf ich nicht sagen schreibt doch mal eure meinung dazu in den kommentarbereich und wenn ihr mögt gibt doch bei google ein stefan pilsinger csu oktoberfest dankeschön